Wir kennen uns noch nicht so lange, aber wir freuen uns, dass das Business Foundation von Anfang an, seit 2003, Nicht-Gesellschaftler auf der Bellevue ist. Und Sie wissen, dass wir alle in Bülstedt wahrscheinlich ganz genau mit der Bellevue wollen wir hier in Bülstedt zeigen, was in Bülstedt steckt. Und ich finde es ganz großartig, dass wir hier die Plattform dieser Ausstellung haben, die aus Würwig-Möckmannsberg herkommt und von Bernhard Vogel und Heidi Zubukowski hier in Person organisiert werden. Und hintergrund darin ist natürlich auch das Attentiv für Stierfrauen in Würwig-Möckmannsberg, aber auch die Kunst- und Kulturtage, die sagen ein bisschen immer, Würwig-Möckmannsberg, das ist so die Hochgruppe in dieser Region für Kunst. Und ich habe jetzt eben nur ganz kurz hier rüber geguckt, aber ich finde das sehr inspirierend. Und ich finde das sehr inspirierend.